Für unsere Mannschaft geht der Blick nach vorne und es heißt, die negativen Erlebnisse hinter sich zu lassen. Entsprechend engagiert und mit vollem Fokus ging unsere Mannschaft in diese Trainingswoche. Ich glaube, dass wir gerade in dieser Woche wieder extrem viel gearbeitet haben, dass alle wieder das, was ich auch sehen will, völlige Leidenschaft und auch mit allem zu verteidigen, was man hat, dass sie das auch in die Waagschale geworfen haben diese Woche. Während unsere Profimannschaft das Stadtderby hinter sich ließ, stand für unsere U21 unter der Woche das kleine Stadtderby an. Im Vergleich der beiden Zweitvertretungen entschied am Ende das goldene Tor von Wallon zum Beri zugunsten des HSV. Damit können sich die Jungs von P3-Mars zumindest kleiner Stadtmeister nennen. Dabei mit an Bord waren auch Aaron Opoku und Robin Meissner, die nach ihren Ausfällen wieder Spielpraxis sammeln konnten. Allerdings kamen für den HSV auch neue Verletzungssorgen hinzu. Joscha Wagnoman wird dem HSV mit einem Muskelsehnenriss erst mal zwei Monate lang fehlen. Erfreulichere Nachrichten gab es für zwei unserer Skandinavier im Team. Zum einen trainierte Marco Johansson am Dienstag erstmals seit seinem Transfer vollständig mit der Mannschaft. Damit ist er am Sonntag eine mögliche Option für den Kader. Zum anderen kann sich Anzi Suhunen über gute Nachrichten freuen. Für ihn steht womöglich bald ein weiteres Debüt auf dem Programm. Nach seinen ersten Einsätzen für die Profis wurde er erstmals für die finnische U21-Nationalmannschaft nominiert. Hans ist ein junger Spieler, er kommt aus der eigenen Jugend und genau das ist ja das, was wir auch forcieren wollen. Natürlich macht er Dinge, die uns auszeichnen, bringt er auf jeden Fall mit, wie viel Bereitschaft, viel Intensität, viel Mut. Das sind genau die Attribute, die wir ja von unseren Spielern auch sehen wollen. Doch erst mal bleibt für den jungen Finnen sowie für den Rest der Mannschaft der Fokus im Volkspark und auf den kommenden Gegner Darmstadt 98. Ich denke, dass sie viel Physis mitbringen, dass sie eine Präsenz haben, gerade in der vorderen Linie und in der letzten Linie, dass sie viel mit Wucht agieren werden. Aber so wie es dann auch viele Mannschaften dann gegen uns versuchen, dass sie im Umschaltspiel natürlich ihre Chancen sehen. Das wird es auch am Wochenende wieder sein. Die konnten nämlich am vergangenen Wochenende ein Ausrufezeichen setzen. 6 zu 1 besiegten die Lilien den FC Ingolstadt und holten damit ihren ersten Saisonsieg. Die beiden neuen Stürmer Philipp Tietz und Luca Pfeiffer gaben jeweils mit einem Doppelpack ihr Tordebüt für den SVD. Gemeinsam sollen sie den Abgang von Serdar Dorsum kompensieren, der vergangene Saison 27 Tore erzielte. Aufgrund von Corona-Fällen stark geschwächt, mussten sich die Darmstädter an den ersten beiden Spieltagen jeweils ohne ein eigenes Tor geschlagen geben. Mit Klaus Ciasula kehrt außerdem ein bekanntes Gesicht zurück in den Volkspark. Vergangene Woche wechselte er von der Elbe in Richtung Darmstadt. Auf der Trainerbank sitzt mit Thorsten Lieberknecht ebenfalls ein neuer Mann. Der 48-Jährige ersetzt Markus Anfang, der nun Werder Bremen trainiert. Somit weiß unser Coach Tim Walter, was am Sonntag gegen die Lilien gefragt ist. Für uns, dass wir bereit sein müssen, dass wir wach sein müssen und dass wir da vor allem dann auch gegen den Ball alles in die Waagschale werfen. Somit gilt es für unsere Jungs, die negativen Erlebnisse hinter sich zu lassen und wieder für neue, positive Momente im Volkspark zu sorgen. Moin HSV-Fans, jetzt hier unseren Kanal abonnieren oder hier ein weiteres Video anschauen. Bis zum nächsten Mal.